Der Simenon von Wippkingen. Einstieg. Im Quartierverein kennen wir den Victor Schobingen seit 2005. Am 15. Januar hat er im Pflegezentrum Käferberg aus seinem Zürich-Deutsch geschriebenen Krimi einen alten Schulkollege vom Äschmer vorgelesen. 25 Leute haben ihn zugehört. Es sei furchtbar gewesen, meinte Schobi. Wir haben gemerkt, wer noch draus gekommen ist und wer nicht. Immerhin sei der Pianist noch ein lustiger gewesen. Einer von denen, der es noch gecheckt hat, war unser damaliger Vorstandsmitglied Ramon Calderon. Ihm hat es so gut gefallen, dass er im QV vorgeschlagen hat, wir sollen doch eine Zürich-Krimi-Leserei initiieren. Das haben wir dann auch gemacht und 2006 ist bereits die erste Serie unter dem Namen Krimi am Fluss hier im GZ Wippkingen über die Bühne gegangen. Im Oktober und im November haben Sabine Altermatt aus Nervengift, Stefan Pörtner, der letztjährige Preisträger aus Metzgete in Zürich Nord und eben Viktor Schobinger aus einem alten Schulkollege vom Aschmann vorgelesen. Er mag sich noch gut daran erinnern. Milena Moser sei doch die Schwester von Stefan Pörtner, sagt er. Sie sei es gewesen, die ihm das Güppchen trinken zur Stabilisierung von seinem nervösen Blutkreislauf vor einer Lässe empfohlen hat. Vorher haben wir nie das Güppchen getrunken. Ich glaube ihm das nicht. Es wirke tatsächlich und darum haben wir den Brauch bis heute beigehalten. Die, die früher gekommen sind, haben sie gesehen. Nicht eins, sondern zwei und drei wären zu viele. Über Milena Moser meint er dann noch spitzbübisch. Sie schreibt eine so wüste Geschichte. Dabei hat sie so ein Engelsgesicht. Die Leserei Krimi am Fluss ist ein grosser Erfolg geworden. 2008 haben sich im Rahmen der Leseplanung die Leiterin vom GZ Wibking, Cornelia Schwendener, sie sitzt da ganz vorne rechts ausgesehen, und der leider viel zu früh verstorbene Krimi-Schreibende Ernst Soler in der Ida-Bar entschlummiggenehmigte. Dort sind es, nach wieviel schlummig weiss ich nicht, auf die gloriosen Idee gekommen, den Zürcher Krimi-Preis zu lancieren. Am 27. Februar 2008 war es dann so, und wir konnten den ersten Preis vergeben. So gesehen ist also die Lesung von Victor Schobinger, die Initialzündung gewesen, ohne sie gäbe es heute keinen Zürcher Krimi-Preis. Zu der Person. Victor Schobinger ist kurz vor Weihnachten am 22. Dezember 1934 in Wädischwil auf die Erde gekommen. Heimatberechtigt ist aber heute noch in Luzern. In Wädischwil auch in der Schule. Er wollte eine Banklehre machen, das hätte ihm aber mega gestunken. Ein Freund von seinem Vater hätte ihn aber geredet und dafür gesorgt, dass er als Literaturgymie auf Zürich durfte. Von 1973 bis 1987 war er Werbeleiter. Das hätte ihm gefallen. Und zwar auf der Zürcher Kantonalbank. Ab 1979 hat er dann mit der Zürich-Deutschen ersten Krimi angefangen und bis zum 86 fünf Stück publiziert. Ab 1987 haben sie dann in der Bank in Raten abgesagt. Das hat ihm einen regelrechten Schreibstau verursacht. Heute würde man sagen ein Burnout. Und er konnte bis zum 96 nicht mehr schreiben. Nach der Pensionierung sind die gestaute Geschichte aber wieder mit Vollgas abgeflossen. Und er hatte unter anderem 25 Krimis und ein dreubändiges Mammutwerk über die französische Revolution geschrieben. Es sind irgendwie über 1000 Seiten. Natürlich alles auf Zürich-Deutsch. In Wibkingen wohnte er seit 1977. Zuerst an der Lägerenstrasse und ab 2000 in der Siedlung über den Gleis an der Rötelstrasse, dort wo der Bahneinschnitt mal war. Man sieht ihn im Coop, im Migros, an der Bushaltestelle auf der Nordbruck oder ab und zu mal im Nordbrückli. Dort fühlt er sich wohl. Es sei kein Vergleich mehr zum Alkischbunten von früher. Zum Typ. Sein Buchhändler, Dieter Wolf von der Buchhandlung PR, an der Peter Hofstadt, sagt über ihn. Er sei ein sympathischer Kerl. Er könne mit allen Leuten gut umgehen, hätte überhaupt keine Berührungsängste und normalerweise träge er einem das Dau schon nach 10 Minuten an. Bei mir ist es eine Minute gegangen. Viktor hat einen gesunden Humor, schlucke alles und könne auch herzlich darüber lachen. Mit seiner Zürich-Deutsch-Krimi habe er keinen Rappen verdient, sondern noch draufgelegt. Er glaubt ihm das. Er sei halt noch ein Idealist alter Schule. Dieter Wolf als Luzerner hätte mit dem geschriebenen Zürich-Deutsch vom Schobi nichts anfangen können. Aber seine Läsungen in der Apfelkammer im Zürcher Niederdorf vom Rindermeer sei immer ein einziges Vergnügen gewesen. Besonders gut sei die Einladungen damals angekommen. Dort stehe ich, dass wir schon früher noch eng gekommen sind, um Viktor zu helfen, mit einem Gäppchen den Blutdruck zu stabilisieren. Mittlerweile gibt es immer mehr Leute, die das beherzigen. Zu den Eschmer-Krimis. Die Hauptfigur in diesem Krimi ist der Polizeileutnant Heiri Eschmer. Er arbeitete auf verschiedenen Revieren in der Stadt Zürich, bis er dann mit 40 etwa bei der Krippe gelandet ist. Er sagt von sich, immer wenn es irgendwo im Kanton ein Leicht gibt, bin ich zuständig. Bis zum Krimi Nummer 20 läuft seine Karriere in geregelten Bahnen. Aber dann bricht ihm ein Fall in Wiedeknussen das Knick und er wird suspendiert. Im Krimi Nummer 21 wird er zum Glück von allen treu erlesen, vom obersten Boss zurückgeholt. Der hat ihm aber ein schönes Ei gelegt, seine neue Chefin verträgt er nämlich gar nicht. Schon bald muss er mit ihr herumstreiten. Am ersten Mal seine Freundin ist seit Urzeiten Tai Tai. Eigentlich heisst sie Heidi Tai und stammt aus gutem Haus und ist zu Küsnacht aufgewachsen. Als ihr Vater gestorben ist, haben die Verwandten sie aus der Familienvilla herausgestellt. Wenn man das weiss, versteht man auch ihre Ansichten, von dem engen linken Sozi alle ehemiechen. Wenn man das weiss, kann man das weiss. Am ersten Mal sind die treue Sauvkampagne der Steiner. Ihn kennt er schon lange. Die Treue ist auf beiden Seiten. Zusammen gehen sie immer, wenn es nötig ist, in die Einwohnbar. Dort gibt ein Glas dem anderen die Hand, würde der Steiner sagen. Die Einwohnbar gibt es übrigens wirklich und heisst im richtigen Leben Lucy Bar. Die Figuren. Am Show bei seinen Figuren sind authentisch, charaktervoll und mit viel Liebe geschrieben. Beziehungen zwischen ihnen spiegeln dem Autor seine grosse Lebenserfahrung wider. Und er privat und im Grossbetrieb die Kantonalbank gewonnen hat. Nichts ist künstlich oder gesucht. Man muss beim Lesen etwa mal anhalten und darüber nachdenken. Dann geht einem ein Licht auf und man sieht seine eigenen Beziehungen in einem anderen Licht. Überhaupt interessiert er schon bei den Leuten mehr als der Fall selber. Das merkt man gut. Er sagt, die Leser interessieren die Leute und erst dann eine wüste Geschichte. Seine erfundenen Personen entwickeln ein eigenes Leben. Sie sitzen, wenn es nötig ist, auch mal auf den Mund. Und ärgern sich nicht über die Möden vom anderen. Ganz nach dem Motto, leben und leben lassen. Ein Beispiel. Der Asch, man könnte jetzt sagen, sei wunderschön draussen, aber die Eitel haben das Möbel. Denn für sie, vor dem 10 Uhr am Morgen, nichts kann schön sein. Also hebt ihr den Mund. Aber gegen einen Kuss auf den Mund hat sie nichts. Und auf besonderen Wunsch gibt es noch mal einen. Seine Figuren sind typische Zürcher, reformierte Zürcher. Keine Amerikaner oder Österreicher oder Deutsche. Sie leben im Dörfli, in einem Quartier oder in einer Landsgemeinde irgendwo im Kanton Zürich. Seine Schreibe. Am Schobi gelingt es den Lokalkolorit von Zürich unglaublich gut zu vermitteln. Teils als Fiktion, aber auch als Realität. Man merkt sofort, dass er sich auskennt, schon lange da lebt. In den Ausgang geht und dabei alle Sinne offen hat. Auch ein Beispiel. Am ersten Mal seine Wohnung muss irgendwo in der Nähe des Lindenhofs sein. Wo genau erfährt man nicht. Man weiss nur, dass er etwa die Fortunagasse runterläuft. Oder dass er aus dem Fenster auf den St. Peter und das Grossmünster sieht. Der Schobi meint dann auch, dass er im Haus zum Händchen wohnt. Reine Fiktion. Liebevoll beobachtet der Autor an die Jahreszeiten. Zum Beispiel, wenn er schildert, welche Vögel noch in Zürich sind. Und welche schon weggezogen sind. Nebst dem sind seine Geschichten auch noch spannend. Humorvoll und haben immer auch einen Bezug zu den aktuellen Ereignissen in Zürich. Mal kommt das Drogenelend am Platzspitzsprach. Mal die neue Kripochefin. Oder auch der Stenz der Langstrasse, die im Frauenhandel mitmischt. Resümee. Schon bei seinen Geschichten zeichnet sich doch etwas aus, wo andere Krimis nicht oder noch nicht haben. Nämlich, sie sind in Zürich Deutsch geschrieben. Und ich frage mich, was kann mehr Lokalkolorit vermitteln als die Sprache selber? Nicht. Und sie vermitteln fast ein Vierteljahrhundert Geschichte vom Leben in Zürich von 1979 bis jetzt einzigartig. Sonderpreis. Darum hat dieses Jahr die Jury Einstimmung entschieden, dem Victor Schobinger für sein Werk einen Sonderpreis zu übergeben. Das ist ein Symbolbild für einen Teil vom Sonderpreis. Als Zeichen für unsere Wertschätzung schenken wir ihm ein filmisches Porträt über ihn selber. Raffi Koller, unser Profi von Televibkingen, wird ihn an seine Lesungen begleiten, mit ihm reden und ihm porträtieren. Darf ich dich führen bitte, Victor? Das Bild zeigt ihn in seinem Lieblingsrestaurant, oder? Und irgendwie sitzt er eben genau unter dem Kopfrekeller im Restaurant Öli. Wieso, weiss ich nicht, aber es könnte ein Zeichen sein. Weil er ja die Initialzündung war, dass es dieses Event heute Abend überhaupt gibt, haben wir etwas Spezielles gemacht. Wir haben nämlich die erste Auszeichnung vom Zürcher Krimipreis nochmal gemacht. Und das ist eine Silbermedaille, in echt Silber. Und die möchten wir ihm auch übergeben. Und last but not least das Blutdruckstabilisierungsmittel. Ich bin liebe Ex-Dinager. Also, als ich das gewesen bin, hat es, glaube ich, das Wort gar noch nicht gegeben. Ich bin nicht sicher. Also, so eine Auszeichnung tut einem natürlich da sehr wohl, das muss man schon sagen. Und besonders, wenn es jetzt in meinem Leben erst die zweite ist. Die letzte war 1986. Da habe ich ein QR bekommen vom Herrn Regierungsrat Gilgen. Und er hat auch etwas gesagt. Er hatte ein Zettelchen mit zwei Sätzen drauf. Also kämpfen gleich, was Benny, wie er jetzt gesagt hat. Gut, also das ist 27 Jahre her. Und wenn der nächste Preis wieder so lange wartet, bin ich nicht sicher, ob wir noch selber abholen können. Und der Preis zur Lebzeit ist natürlich schon viel schöner, als wenn wir es nachher nicht bekommen. Aber ich danke der Jury. Sie hat also nicht gewartet. Sie hat mir ihn jetzt noch gegeben. Ich danke der Jury.